Und damit willkommen zurück bei humanfallflat, wir sind wieder back mit dem Game. Und mit wir meine ich nicht nur mich, sondern auch Junosch. Viel Spaß! Okay. Ich weiß nicht, ob ich die Steuerung noch kenne. Ah, okay. Oh, nee, nicht dieses Level. Wie bewege ich mich? Mein Arm hängt irgendwie an meinem Kopf fest. Ich sehe es, warte, warte. Ich lege mich erst mal hin. Hä? Ich lege mich erst mal hin. Okay. Warte, jetzt, jetzt, jetzt. Okay, ich bin da, hallo. Das macht dann irgendwas. Okay, easy. Ich denke, das soll mal nicht in die Sonne, weil sonst schmilzt es. Ich gehe mal fest davon aus. Ja, 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 ja. Das ist schon kleiner geworden. Das eine. Ja, kennst du. Wie zieht man sich nochmal? Wie zieht man sich nochmal? Okay, aber du musst erst die Hände heben. Ja. Und dann hüpfen. Oder? Hä? Ah, und dann nach unten gucken. Und nach oben, dahin, wo du hinguckst, zeigen auch die Hände hin. Das heißt, sobald du greifst, musst du so nach unten gucken. Ja, genau. Aber irgendwie, aber irgendwie hängt meine... Nee. Kann sich leider nie selbst ins Gesicht schauen, ne? Nee, ich finde das, ich finde das ganz cool. Warte mal kurz, ich habe eine Idee. Nein, du musst erst alle Hände... Oder du killst dich und spazst hier oben. Ist das mit Controller einfacher? Oder denkst du mit Tastatur besser? Ich finde das mit Controller einfach, weil du halt die Hände für die Schultertasten... Rechte Hand ist rechte Schultertaste, linke, linke. So, dann kann ich dir zum Beispiel hier so boxen gucken. Oh, ich hab die voll... Du fassst mir grad wohin, wo du nicht hinfassen wolltest. Das ist eine Unverständlichkeit. Oh, yo. Jesus wird von Ninja Hops genommen. Ich habe Jesus geditcht. Jetzt haben wir Jesus einen guten Titel schon mal. Ähm, ja gut. Och, okay. Ich glaube, wir können nach vorne einfach langen. Ja, wir müssen ja durch, wenn hier das Eis wieder. Müsst du das Eis da durchbringen? Ich glaube schon. Macht zumindest Sinn. Ich dachte, wir müssen das schmilzen lassen. Ja, wir müssen das erste bisschen hier in die Sonne packen. Ja, wenn ich es auch hinbekommen würde? Äh, ich glaube, es wird zu klein. Es wird zu klein. Dann kann man es... Jetzt können wir es hochkant machen. So. Okay. Scheiße. Scheiße. Ja, genau so. Ähm, ja. Okay, und jetzt drehen. Drehen. Fast hochkant, fast. Scheiße. Na, nicht ganz. Ich fack auch mal mit an. Jetzt. Ja, oh ja, oh ja. Alter, wir könnten das richtige Umbau-Dings-Unternehmen da machen. Deshalb bin ich voll dabei. Mhm, mhm. Ich habe noch das zweite hier, ne? Ach so. Ähm, brauchen wir zwei? Wenn du es nicht so schaffst. Okay, warte. Das Problem ist halt... Ich muss die Hände heben. So, dann so. Und dann nach unten gucken. Ja, genau. Ah! So, zack. Und so. Hast du das gesehen? Nee. Das Ding ist einfach umgefallen. Das ist voll die Frechheit. Ich war oben und das Ding fällt einfach um. Komm hoch. Ah, perfekt. Dankeschön. Nice. So. Das ist geil, ne? Ah. Das ist quasi, um die Sonne abzudecken, oder? Ja, aber es ist so stark. Ich habe die Kraft. Ich habe die Kraft. Dafür gehe ich trainieren. Dafür gehe ich trainieren. Weck mit dir. Ja, du kommst mit. Wunangenehm. Oh, ich habe auch. Einfach richtig brutal. Okay. Die Frage ist, was willst du überhaupt machen? Erst, weil hier kann man ja irgendwie hoch. Ich glaube, wir müssen das... Du schiebst es hier rüber. Währenddessen muss einer unten das Eis machen. Und dann muss man das hier irgendwie hier durchbekommen, sozusagen noch. Also das hilft dann einem, glaube ich, hier noch. Okay, warte. Ich mache die Stange. Ja. Und du machst Eis. Du bist an der Stange. Wobei, man könnte auch das wahrscheinlich so machen. Nein, ich war safe. Ja, es funktioniert gut. Stell, 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 das war trotzdem kleiner. Wait. Ja, weil jetzt müssen wir hier einfach schnell rüber. Arbeite für mich. Sklave. Okay. Reicht das? Okay, warte. Irgendwie habe ich das Gefühl, ich brauche noch mehr Eis. Ja, also. Scheiße. Hab dich gefangen. Okay, warte. Ich hätte eine Idee so. Einer klettert hoch. Und der andere stützt ihn so von unten. Wer schlägt? Funktioniert auf jeden Fall mal wieder blendend. Hey, was soll das denn jetzt hier? Wollen wir rummachen? Digga, ich bin hier voll um den Hals rum. So, und jetzt lege ich dich hin. Okay, irgendwie lege ich mich hin. Ich nehme mich mit. Oh, schade. So, ich stütze das jetzt und du kletterst. Das ist doch schon wieder kleiner geworden, oder nicht? Ich habe auch irgendwie das Gefühl. Okay, jetzt. Ja. Okay, und du jetzt. Ja. Okay, warte, warte. Ja, und jetzt. Ja. Oh, scheiße. Nein, ich falle. Ich falle. Ich falle. Bitte. Die Macht muss mir helfen. Warte. Ich habe das Gefühl so hochkant, ist sogar ein bisschen höher. Ähm, was mache ich da? Ich weiß es nicht. Ich habe keine Ahnung. Warte, warte, warte. Savings. Warte, ich habe gesaved. Ich habe gesaved. Als ob jetzt da... Bye, have a great time. Als ob das jetzt... Als ob du jetzt da oben landest. Es funktioniert. Herzhaft. Ja, es hat einfach funktioniert. Alles klar. Yeah. Ja, work smart, not hard, ne? Würde ich sagen. Ding, weißt du, das ist für Nebeltexturen? Wie buggy sieht denn das aus? Allgemein, ich bin wieder verwirrt. Okay, was machen wir jetzt? Ich kann nicht mal nach unten gucken. Die Kamera springt direkt wieder nach oben. Okay, ja, ich wollte eigentlich mich an dem Ding festhalten. Komm, schau. Ah. Oh nein. Hilfe. Ich schaff das. Oh. Okay. Was? So viel dazu. Ich habe den ganzen Stein mit runtergerissen. Jetzt können wir da laufen. Ah. Okay. Das hatte ich jetzt nicht erwartet. Oh Gott. Komm schon. Pum. Nehmen dir herzlichen Griff. Hallo? Ja, das ist irgendwie... Lol. Der Herr. Wo kam ich da jetzt noch mal her? Mach das hier aber allein? Oh. Einfach uns beide kurz geopfert. Ja. Hä? Ah, lol. Au. Au. Okay, dann musst du jetzt mit der Kette auf den Stein oder kann man da auch so hin hüpfen? Ich glaube, man kann da auch so hin. Hua. Ich glaube, die Kette braucht man so oder so. Mann. Okay, jetzt kannst du drüber. Bonk. Oh Gott. War das knapp. Ich bin drüber. Oh, ist das eine schöne Stadt. Hier können wir hier wohnen. Warte. Oh, nö. Wenn ich das schon sehe. Das ist der Schneemann. Nicht den Schneemann. Hier ist eine Waage. Ach, nee. Was? Was? Ich habe gar keinen Bock drauf. Ich stelle mich einfach drauf. Den opfern wir. Den nehmen wir mit. Den nehme ich mir. Ey, Gott. Sein Hut. Der will ich aufsetzen. Der passt zu mir. Den kannst du hier nehmen. Hä? Den werden geköpft. Kann ich nicht. Oh. Das darf keiner sehen. Das darf nie jemand erfahren. Kannst du mir dann aufsetzen, den Hut? Ich versuch's gerade. Also, weil ich muss dir das mal drehen. Ah, der ist aber flach unten. Ich glaube, das wird nicht gehen. Aber der passt einfach farblich so gut zu mir. Ich sehe nicht, was ich tue. Ich sehe nicht, was ich tue. Der rutscht unter. Ja, genau so soll er sein. Was, jetzt ein Zaubertrick? Kommt jetzt gleich eine Hase raus? Ja. Nicht nur ein Hase, ich sag's dir. Jetzt fast war er auf deinem Kopf. Können wir hier noch irgendwas klauen, ne? Ich glaube, wir sollten uns jetzt erstmal auf die Waage konzentrieren. Auch wenn ich bezweifle, dass das funktioniert. I'm stuck. Soll ich dich alleine lassen mit dem Schneemann? Aber funktioniert das? Guck mal, was ich mit meinem Arsch mache. Oh Gott. Oh, so geil. Back to the game, was müssen wir eigentlich machen? Ich weiß es nicht. Ich würde sagen, wir bleiben hier in der Stadt einfach. Ich habe irgendwie das, ich habe keine Ahnung. Geh, warte mal. Ja, I guess. Einer stellt sich hier drauf und der andere muss da hochklettern, oder? Also, ein Eiskloss, ein Eiskloss kommt hier drauf. Ja, wir müssen nach da, wir müssen nach da oben. Ja, genau. Ein Eiskloss. Ah, warte mal, man kann die drehen. Okay, warte mal. Drehen die am besten, ich würde mal da drauf. Warte. Wo soll ich drauf? Auch da, wo du gerade warst. Ach so, warte, ja. Bin bereit. Ich bin drunter, ich bin drunter. Was merkst du? Jetzt, jetzt bin ich drauf. Okay, ich drehe mal fest. Wir drehen das mal kurz noch, so ein bisschen, dass du den Traktor hochklettern kannst. Arbeite, ich glaube. Ja, ich, 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 so, okay, und jetzt, ach, warte mal, ich weiß jetzt auch nicht, was meine Idee war, wenn ich ehrlich bin. Ja, jetzt hier vielleicht das Eis drauf. Okay, warte, ich könnte was probieren, warte. So, ich klettere jetzt hoch. Keine Möglichkeit. Aber kann sein, dass das Eis auf den einen mit drauf muss, sozusagen als Gegengewicht. Ja, so geht's auch, aber funktioniert nicht noch nicht so ganz. Kann sein, dass wir uns das einfach zu kompliziert machen. Also wir könnten auch ganz einfach so machen. Ja, ich würde einfach, ich würde einfach sagen, du nimmst einen nach unten, ballerst da einen Eisblock drauf und dann stellt sich der andere da auch noch drauf und der andere geht dann hoch. Ich habe hier nämlich eine richtig dicke Scheibe Eis noch auf jeden Fall. Irgendwie ist sie gerade noch drunter, jetzt. Gleich haben wir es. Jawohl. Okay. Das bleibt jetzt hier. Ich bleibe jetzt hier. Und jetzt gehst du auf das andere drauf. Und dann gehst du noch oben, oder? Ja, ich hoffe, das geht so vom Dingens her. Wenn ich nicht zu blöd bin. Ich stelle das jetzt auf, Ninja Banjo. Warte, warte, warte. Okay, okay. Oh, so ist das gut. Es ist im Eis, glaube ich. Äh, im Eis. Es ist in der Sonne gewesen. Boah, das kann ganz schön. Das kann ganz schön knapp werden. Zack, zack. Oh Gott, Alter. Ninja Banjo. Jawohl. Oh mein Gott. Let's go. Okay. Jetzt hoch da. Oh mein Gott, das war sauknapp. Nein. Oh mein Gott. Sehr gut. Okay. Sehr gut. Oh, Digga, vor mein Kopf angehauen an der Tür. Okay, haben wir irgendwie geschafft. Äh, Saving. Ja, ja, sehr gut. Oh wait. Oh mein Gott. Können wir Skifahren? Attacke. Alter. So. Ähm, wie stellst du dich einfach drauf? Ich bin einfach drauf. Lol. Hey, man klingt so ein. Hey, wie geil. Ich bin auch drauf. Ja, ich bin auch eingeklingt. Äh, wie cool. Ich bin auch. Nein, ich falle. Okay, warte. Wie gehe ich davon weg? Oh nein. Oh nein. Oh nein. Klick dich jetzt da rein. So, jetzt. Ups. Ähm. Ja, ich glaube, ich verliere jetzt mein Skateboard. Digga. Ne, ja, Banyu. Au, gegen den Baum. Schön. Zack. Ja. Okay, äh. Wie, wie werde ich das los? Ich weiß nicht. Ich habe mich umgebracht. Digga, das mache ich da. Nimm das mal ab. Kannst du es abreißen von meinen Beinen? Weißt du, die Beine einfach ab. Ich halte mich fest. Ah, danke. Perfekt. Jetzt klicke ich mich so ein. Das wäre stark gewesen. So. Aber das ist so, äh, was wir jetzt jetzt hochdrehen. Urbeln. Nach rechts, oder? Nach rechts. Nach links. Und der Fall war. Hä? Okay, jetzt komm. In eine Richtung. Nein. Welche Richtung gehst du? Mit der Uhr oder gegen die Uhr? Ich gehad. Okay, gegen die Uhr. Gegen die Uhr. Ich dachte eigentlich auch, dass wir es halt gegen die Uhr drehen. Hä? Ist das jetzt scheiß? Es dreht sich was. Wir müssen auch in die andere Richtung. Geh mal, mit der Uhr? Ja, mit der Uhr. Das macht doch gar keinen Sinn. Es sieht auch ganz komisch aus. Ja, es müsste eigentlich andersrum gehen, so wie das hier aussieht, glaube ich. Ja, Physik und so. Er braucht schon Physik. Weiter geht's. Okay. Das ist das nicht. Das gefällt mir hier nicht. Es sieht wie aus, die wagen, aber das Problem ist, die sind ja ganz am Boden, also macht es irgendwie keinen Sinn. Okay. Sieht so aus, als müssten wir die Kiste rüber schleppen auf das zweite, auf den zweiten Rubik's Cube hier. Ja, Rubik's Cube, genau. Okay. Warte, ich liefere sie dir mal. Ja. Hier kann ich was nach oben betragen, so. Nach oben gucken. Nimm, nimm, nimm es. Warte. Ich halte noch ein bisschen, ich habe noch ein bisschen Kraft. Warte, jetzt. Habe ich die? Ich weiß nicht. Ja. Okay, aber nur mit der rechten Hand. Warte, nein, stopp, nein, oh Gott. Ja. Du musst sie hochheben, irgendwie. Mein Kopf, mein Kopf, mein Kopf. Ich bin wieder da, ich bin wieder da. Warte, nein, ich habe sie nicht, ich habe sie nicht. Mein Kopf, jawohl, mein Kopf. Let's go. Okay, nice. Jetzt müssen wir dir noch nach drüben bringen. Wie machen wir das? Boah, ich würde fast sogar sagen, du nimmst die und hebst die Hände nach oben und springst zu mir mit der Kiste. Also nimm die. Ja, genau. Deswegen, ich finde es gut, dass du den talentiertesten dafür nimmst. Ja, oh Gott. Ja, komm, 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 komm. Halt mich, ich lass los. Das schaffst du. Nein. Kampagne. Komm, komm, ich drück, ich drück, ich drück, ich drück. Ich glaube, es ist einfach, wenn du loslässt. Ich lass los. Du kannst von unten so dranhüpfen, so wie Mario. Ich bin am überlegen, ob ich gerade von oben mithelfe. Ja, genau. Zieh an mir, zieh an meinem Arsch. Ja, warte. Ups. Du musst doch kurz durchhalten, bitte. Ja, alles gut. Das dauert ein bisschen. Ich häng grad. Alles gut. Hab ich deinen Arsch? Hab ich deinen Arsch? Ja, ich hüpfe mal so ein bisschen. Ja, ich hüpfe mal so ein bisschen. Ich mach dir Rompe. Rompe. Okay, warte mal, warte mal. Achtung. Ah, okay. Ich muss einfach nur nach oben gucken. Oh Gott, ich fahr gleich. Okay. Jetzt muss ich einen ganz genauen Jump machen. Alter. 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 Banyo. Banyo. Dieser blöde Kackidiot. Okay, du kannst mir bestimmt hier schon auch hochgreifen. Ja, ich glaube auch. Ach man, Banyo, du scheiß Idiot. Ja, hat nicht ganz so funktioniert, ne? Aha, okay, was ist das eigentlich das hier für Kackkasten? Kann man mit denen irgendwas machen? Hä? Oh, nee. Oh mein Gott. Ich wusste doch, dass wir irgendwas falsch machen. Oh mein Gott. Nein, das ist ja jetzt echt unangenehm. Das heißt, du wirst die Kiste auf den anderen Kack packen. Oh mein Gott. Warte, kannst du auf... Ah ja, wenn du vielleicht von da aus hin hüpfen kannst. Ja, okay. Ja, was ein Kack. Wie blöd sind wir? Wieso haben wir es nicht einmal ausprobiert? Äh, ich weiß es nicht. Frag bitte nicht. Ich möchte gar nicht drüber reden. So, jetzt. Okay, und jetzt kann ich hier rüber. Weiß. Und ich bin oben. Okay. Kann ich jetzt hier schon safen irgendwas? Nee. Aber dann musst du da hochklettern irgendwie, glaube ich, dass du mich holst mit dieser zweiten Waage. Siehst du die Waage, die hier mit der unten connected ist? Ja. So, oder ich gehe einfach... Ist die Kiste schwerer als ich? Okay, Kiste ist easy. Was ist hier hinten? Weiß ich nicht. Alter, krass. Nichts. Du hast mich richtig verarscht. Ich habe jetzt richtig was erwartet, Mann. Dann geht es da drüben hoch. Ja. Also wenn du da dich und die Kiste drauf tust, dann kann ich wieder hier drüben hochklettern. Ja, warte. Nimm ruhig. Nimm ich die Kiste mal mit. Ja. Okay, perfekt. So, jetzt. Oh, uh, uh. Ja, jetzt. Hallo. Okay, und jetzt ist die Frage, was bringt mir das jetzt, wenn ich hier drauf stehe? Nee, und jetzt muss einer nach unten wieder mit beiden Kisten und muss von der Waage hier. Du musst auf die äußerste Waage hier und hochwägeln. Da muss ich die Gewichte drauf packen. Dann kann ich irgendwie das Ding nach oben heben, um es dir ein bisschen leichter zu machen. Ja. Alles gut, alles gut. Ich glaube, ich möchte das gerade so selber ein bisschen. Ja, ich glaube auch. So, jetzt geht das? Ja, das müsste reichen. So, und zack. Und, oh Gott. Bam, let's go. Digga, hier ist ein Schelter. Ich bin wenigstens richtig intelligent. Ja. Ich weiß, es ist ein Schelter auseinander. Macht das, ich bin gleich da. Ah, es ist sogar eine Brücke wirklich bauen aus dem Schelter. Wann, jetzt? Wieso kann ich denn, wie ist jetzt ein blödes Holz, Digga? Jetzt sind diese Schaumstoff. Digga, genau so fühle ich mich jetzt. Aber wir rennen gegeneinander. Let's go. Danke. Takai Ischis Kassel. 1 gegen 1, komm. Ich habe das Gefühl. Ich brauche uns weg. Ah. Ich habe das Gefühl, einer landet gleich mit den Dingern unten und wir verlieren. Ich bin ganz wach hier. Ja, weg mit dir. Ich trage uns einfach beide hier rüber. So. Du hast es geschafft. Cool, eine Brücke. Cool, danke. Kein Problem. Dafür offer ich mich doch gerne. Brauchen wir noch so einen Teilball? Ja. Ja, ja. Wir brauchen da drüben noch welche. Wir müssen die mit ganz rüber nehmen. Wobei, wir können auch immer die alten nehmen dafür. Oh mein Gott. Ich glaube, ich lag. Du zerstörst alles. Und ich zerstöre mich selber. Und Rezo zerstört. Nein, die CDU. CDU? Was hast du mit der CDU auf einmal? Rezo zerstört die CSU. Achso, ich war gerade so. Hä, was hast du davon mit der CDU? Weg von mir. Hilfe. Ich juck's am Rücken. Und ich fang gerade kurz davor, mein Schwert zu zücken. Guckst du dir an? Ich fall die ganze Zeit runter, warte. Ich gucke dich gleich an. Ich fange dir... Au. Toll. Das ist mein Arm gefixt. Ich hab's gesehen. Ich warte, lass den ausrichten. Und dann schieben wir hin drüber. Ja? Ja? Ja, genau. Ja, okay, passt das los. Okay. Und jetzt? Du hältst doch fest, oder? Nee. Bist du blöd? Oh, oh. Ja, weiter schieben. Bin ich schon drüben? Ja, bist du. Bin ich zu weit? Ich bin ich zu weit. Nein! Nee, du bist drüben. Das passt schon. Uh, jetzt ist fast schon knapp. Aber es passt. Okay, oh mein Gott. Laufe. Verlangen zu mir, ein Gott. Hat nicht funktioniert. Bei mir auch nicht. Hä, was ist denn da hinten? Da hinten ist doch gar nichts mehr. Gibt's ja überhaupt hin? Ach man, bin ich eigentlich hin? Ich hab's geschafft. Okay, ich hab mich, irgendwie hab ich mich grad gerettet. Ist hier echt das Ziel, meinst du? Nein, irgendwie doch nicht. Meinst du, wir müssen hier gar nicht hin? Vielleicht. Meinst du, wir müssen durch die Glas, äh, die Eiswand, die da drüben ist, wir müssen die Eiswand einschmettern? Ja, also, kommt mir zumindest so vor, aber kann sein, dass wir dafür irgendwas brauchen. Stamm? Ja, oder das? Ich dachte, ach man. Och man, was machen wir denn hier? Ja, komm, wir schlagen jetzt das scheiß Ding da ein, so oder so. Ach. Ja, komm. Es wird randaliert. Ich greife das eine Ende, du das andere und dann machen wir Rambock. Jawohl. Gibt's mir bereit? Auf geht's! Let's go! Okay, nochmal, jetzt nochmal zurück mit Schwung, oder? Okay, auf drei. Eins, zwei, drei. Okay, let's go! Also, ich höre Eis-Sounds, aber... Ich auch, aber... Okay, eins, zwei, drei. Okay, ich hab's Gefühl, drüben gab's vielleicht doch irgendwas, was man mitnehmen konnte. Ich hab's Gefühl, drüben gibt's irgendwie einen Stein oder so. Und wenn du diese komischen Steine, die da gestartet ist, dann einreißt? Da dachte ich ja, aber die ist ein Stecken. Aber ich gibt's mal ein Stecken rüber. Ja. Warte mal. Warte mal. Du meinst das, achte meinst diese Teile hier. Ach, lol, die sind ja Stein... Ach, die Steine meinst du? Denk ich hab' ich gar nicht gerafft. Den kann ich safe runterschlagen. Warte, ich hab' hier den Stock. Guardio Liviosa. Gleich. Ähm... Hat gut funktioniert, oder? Ja, nicht viel Licht krieg' ich den auch irgendwie... Ja! Zack, Junge, ich hab' dir mit Kopf losgegeben, dem Stein. Ehrlich, ich hab' recht gehabt, sogar. So, jetzt pass auf, ich schmeiß' dir jetzt einen rüber, hoffentlich. Ja, ich bin jetzt erst mal tot. Bist du bereit? Nein, ich bin nicht mal da. Hör! Ich bin da. Ich hab' den Stein versenkt. Aber ich... Der Stein ist erneut erspawnt, gespawnt. Der Weg wird immer verkrüppelt, da. Unser Holzweg hier. Das müsste aber eigentlich reichen für den Stein. Und dann werfen wir mit Steinen dieses Ding ein. Ja, hoffentlich schaffen wir das auch. Jawoll! Jawoll! Und jetzt noch kaputt. Ey, das funktioniert wirklich! Okay, 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 es hat ein leichter Crack. Mit dem Crack haben wir eh drauf. Jawoll, Junge, ich bin ein Hulk! So ne Maschine. Yeah! Ohne, hier sind noch mehr Kisten. Ich träume mal nach von Kisten. Oh, hier ist ein Kistenschlitten. Ja, das hab' ich gemeint. Und wieder Feuer. Und das hier. Okay, warte mal. Kisten-Schlitten ein bisschen herziehen. Dann können wir den, äh... So, jetzt kann ich das jetzt endlich greifen, Alter. Danke! Jawoll! Autsch! Wait, das hat sich irgendwie nicht richtig angefühlt. Ja, warte doch, das ist gut, das ist gut. Jetzt haben wir hier Sonne. Ach so! Und da muss dann... Da muss dann geschmolzen werden. Aber die Frage ist, was müssen wir schmolzen? Das hier, den Hebel. Ah, ah, reflektieren! Oder? Weiß ich nicht, das wird doch Sinn machen. Vielleicht hier so? Ne, das ist hier kein Spiegel. Was ist denn ein Spiegel? Haben wir irgendwo was Spiegelmäßiges? Willst du das? Ach! Wir nehmen einfach das, ähm... Wir machen einfach Überleitung hier vom Feuer. Vom Lagerfeuer mit der Platte hier. Digga, ich bin halt wirklich Hulk. Du bist echt ne Maschine. So. Kann ich nix sagen. Mach so wie da mit der Kohle damals. Zack! Ja, war sicher, dass das brennt. Da war ich mir eigentlich... Dadurch, dass wir hier noch so ein Kistending haben, hab ich irgendwie das Gefühl, wir müssen erst nochmal hier oben drauf. Ich hab das Gefühl, wir müssen da oben erstmal auf dieses Dach drauf. Ja, dann lass mal da hoch. Da ist nämlich ein Eisklotz. Vielleicht ist im Eisklotz ein Spiegel drin. Genau. Ich denke nämlich auch. Hier. Okay. Ninja Wannio hat sich wieder zu sehr... Ninja Wannio hat sich überschätzt. Naja. Du musst ja auch... Also, du musst auch mal hier deine Skills nutzen. Ach! Okay, da ist actually irgendwas... Ach, da ist wirklich ein Spiegel drin, glaube ich. Als ob. Oder? Irgendeine Stange ist da. Eine Stange? Ich hab keine Ahnung, was das ist. Vielleicht ist das so ein... Ich weiß nicht, was das ist. Das ist kein Spiegel hier auf jeden Fall. Das ist ne Säge, oder? Ey, wir wissen es ja gleich. Oder damit vielleicht ist das so ne Fakle oder so? Ey, wollen wir dich eigentlich kreuzigen? Hier, guck mal. Ähm. Davon hab ich genug. Ich geh wieder hier vorne. Ah, okay. Das ist wieder die... Das ist ne Fakle. Die kann man ja anbrennen, aber das andere Ding ja irgendwie nicht. So. Okay, komm. Bamm, Junge. Okay, und jetzt bring' ich rüber. Ich bring' ich das mit dich an. Ey, nein, ich hab' das alles schon hinter mir. Ich wurde schon genug gejagt in meinem Leben. Bitte mach du das jetzt mal. Jawoll! Alter, richtig geil. Komm, 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 komm. Sehr schön. Und jeet's weg damit. Tür wird geöffnet. Seesame öffnet. Ist das cool. Jetzt sieht's... Oh nein. Ein Ski-Resort. Yeah! Irgendwie mag ich das hier nicht. Das macht mir ein bisschen Sorge. Oh mein Gott. Willst du Liftoon oder soll ich Liftoon? Fahr-Dun-Lift. Ich bin beim Liftoon runtergefallen. Warte mal. Ah, guck mal, da ist der Staat. Da drüben. Und hier kann man... Oh, hier ist noch ein Eisklotz. Oh mein Gott. Wir müssen ein Eisklotz mitnehmen, um überhaupt auf den Lift zu kommen. Ja. Oh nein, das sind die Trägeräder. Okay. Wir müssen jetzt... Warte mal, warte mal, warte mal, lass das mal kurz. Wir müssen jetzt erstmal den Weg, glaube ich, bereit machen. Kann das sein? So. Ich muss die Dinger so drehen, dass ich im Schatten bleib. Ich muss das miteinander, also gleichzeitig rumdrehen. Kann sein, dass wir einfach nur das schon im Vorhinein so legen können, dass du so viel wie möglich im Schatten bist. Ich sehe es jetzt hier gar nicht ein, hier zu viel Arbeit zu machen, okay? Dafür werde ich nicht befallt. Das finde ich nicht okay. Zack. Hast du schon... Komme ich hier schon weiter? Ne. Prima. Prima das, wo ich gerade dran bin. Nach rechts. Dass ich mich da mitbewegen kann, so. Ja, ich habe wieder meinen Kopf in der Hand, warte kurz. Jetzt. Okay, nice. Vielleicht haben wir es, gleich haben wir es. Let's go. Läuft gut. Das ist meinst du lieber. Und jetzt? Wie kann man das... Das drehe ich, warte. Ich drehe das und du bewegst dich mit. Hä, ich bin ein bisschen... Ich komme ja irgendwie nicht dran vorbei an dem... Das sind die, ich schaue, so ist es. Ja, ja, aber ich komme ja nicht... Ich hole den Dicken, warte, ich hole den Dicken, ich hole den Dicken. So, hier ist der Dicke. Was schiebst du rein? Boah, wird knapp. Okay, nice. Oh, komm, 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 zieh, zieh, zieh. Banyo, du Idiot. So, jetzt. Und jetzt drehe ich. Sehr gut. Und der? Äh... Was machen wir jetzt mit dem? Aktivieren wir jetzt den List? Also, ich könnte mich auch an den Lift hängen, oder? Aber was brauchen wir da? Äh, warte, aber kann ich hier doch hoch. Hä? Wer kannst du? Aber für was brauchen wir den Eisblock dann? Dicke, Banyo, was machst du, du Idiot? So. Ich weiß es nicht. Banyo, heb dich hoch jetzt. Ähm, ich sehe da oben Dynamit. Schwer geschuftet. Was ist das jetzt für ein Achievement? Lauf 1000 Meter mit Objekten. Hä? Hä, ich hatte doch gar nichts in der Hand, oder zählt das? Ja, ich glaube schon, dass... Oh, Saving. Okay. Wie soll ich denn das jetzt anstellen? Das ist, wenn ich den Lebel ziehe. Oh. Oh mein Gott, ich habe gerade die Statue da hinten in die Luft gesprengt. Oh, und die fällt gerade auf mich. Der ist nicht gut. Okay. Hä, hat mir den Eisklotz einfach gar nicht gebraucht? Doch. Du musst nur auf den Knopf tun, dass der Lift automatisch läuft. Ah, nee, Nevermind. Oh, scheiße, ich bin echt schlecht. Ich bin so bad. Man kann den Eisklotz nicht auf den Lift tun. Da sind Kisten, die wir auf den Lift tun können. Und das bitte auch noch mal. Achso, du bist auch da. Ja, okay, Nevermind. Was sind die Kisten denn? Ich weiß es nicht. Sind die einfach egal? Wo müssen wir überhaupt hin? Über die Statue laufen. Über die Statue? Ja. Die hier umgefallen ist. Ah, ja, warte, dann komm ich. Vielleicht ist das für die Leute, die nicht, die den Weg anders angehen wollen. Also ich habe das gerade gesprengt. Ja, ist doch gut. Wir sind die Natur kaputt machen. Ich denke, vielleicht ist hier schon das Ziel. Ja, doch, da ist das echte Zeichen, komm her. Ich brauche noch eine Sekunde. Gleich, gleich, alles gleich. Und hier ist ein dicker Stumpf, Junge. Bin ich Hulk? Ich bin, ich bin nur halber Hulk. Hüfte gebrochen. Ich bin leichter, ich bin, nein, ich hänge. Aber gut, Problem. Habe ich hier mal. Nein, ich habe den Dynamitsprengsatz mit runtergenommen. Ich hänge hier gerade. Oh nein, siehst du mich? Weil du hast den Hebel mitgenommen? Ja, schau dir das mal an. Ich hänge hier am Stein mit dem Hebel in der Hand. Ich habe dich. Ich opfe uns alle drei. Uns drei fallen. Oh, hi. Wir haben uns im Atem. Ja, warte, pass auf. Ich packe dich auf. Ich packe dich auf. Das ist unser Moment. Nein. Wir wurden getrennt. Was? Au. Ich bin hier oben gelandet. Achtung. Das müsst ihr sehen müssen. Bann, Junge. Oh. Ey, meinst du? Man kommt. Oh mein Gott. Meinst du? Warte mal, lass es noch testen. Weil wir sind jetzt schon am Ende, ne? Sag mal vor, du kannst dich so rüberspringen. Das ist ja auch geil. Okay, Bann, Junge hat es mittlerweile geschafft, das Feuer wieder zu akquieren. Sehr gut. Jetzt muss es irgendwie in den Lift schaffen. Oh mein Gott. Perfekt. Nicht perfekt. Perfekt. Nein, Bann, Junge. Nimm. Ja. Haha. So, bist du da? Für den Moment. Ja, ich bin da. Okay, okay, okay. So. Oh mein Gott, ich freue mich schon. Also, falls das überhaupt geht. Ich habe es gerade fast selbst einfach weggeschmissen. Ich warte. Ja. Äh, äh. Ja, jetzt. Ich gucke jetzt hier einfach mal intelligent. Intelligent. Interessiert. Versuch. Boah. Geh, soll ich die Fackel halten? Soll ich die Fackel halten? Soll ich jetzt jetzt? Okay. Mach du mal. Komm schon. Let's go. Let's go. Wie uns. Äh, nee, ist das unangenehm. Hä, das ist jetzt voll enttäuschend. Das ist ultra enttäuschend. Ganz gerne, die macht es bumm und uns jagt es in die Luft. Überall Körperteile, alles. Mann. Da muss ich jetzt einfach dich umbringen. Niemals. Kriegst mich nicht. Kriegst mich nicht. Ich werde mein Schwert zücken. Nein. 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 Du kriegst mich nicht. Du kriegst mich nicht leben. Jesus gewinnt. Jesus gewinnt immer. Das klingt irgendwie so, als wäre ich so ein Papst oder so. Oh, wir tanzen auf einmal. Oh, jetzt habe ich dich. Jetzt habe ich dich. Und? Chokes. Nein, schade. Oh, nee. Swing. Ah. Gefährlich. Gefährlich. Ich habe dich. Nein. Spannender Kampf. Also, ich würde sagen, Dragon Ball ist gegen uns nichts. Nee. Ey, nicht die Haare. Haare verboten. Nein, 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 nein. Ah, Mann, du hast mich auch noch gehalten. Ich muss die Flucht ergreifen. Ich muss die Flucht ergreifen. Nein. So, jetzt lasse ich einfach los. Oh, nein. Dann hältst du mich fest. Ich halte mich fest. Oh, nein. Mufasa, nein. Ich tötete Mufasa. Ja, genau. Ich bleibe jetzt hier einfach am Boden hängen. Du nimmst mich wieder mit, oder? Ja. Letztes Mal sind wir zusammen. Hast du mich aufgefangen, als ich vom Riesenrad gefallen bin? Wir sind zusammen. Das war eh das Stylischste überhaupt. Das können wir auch nicht toppen von der Epigkeit her. Ähm, doch. Nein, 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 nein. Nein, das bist du gerade hier ganz runtergefallen. Ja, doch. Nein. Okay. Das ist der letzte wichtige Sprung, aber wenn du den failst, ist nicht schlimm. Solange du halt nicht links runterfällst, so wie eben. Ja, aber der ist einfach runtergelaufen. Ich mache ja Absperrung. Okay. Komm schon. Warte, ich hab dich. Ich hab dich, hab dich. Okay. Okay. Lass mich los. Wie fliegt das hin? Wie fliegt das hin? Bring du als erstes. Das funktioniert so nicht. Das funktioniert so nicht. Doch, doch, doch. Das funktioniert so nicht. Das funktioniert so nicht. Ja. Alles gut. Let's go. Yo. Let's go. Alter. Das war viel zu kompliziert. Und jetzt sehen wir, was das Level für das nächste Mal ist. Oh, das ist die Lobby. Oh, oh, schade. Ich dachte, das ist hier spannender. Oder? Ist das die Lobby? Nein, ich glaube nicht. Oder? Sieht irgendwie ein Level aus. Aber schon wieder Schnee. Ich hab keinen Bock auf schon wieder Schnee. Nein. Nein. Ich nehme ich mir mit. Dich nehme ich mir mit. Ich hab ganz wiesen Zitterungen an meinem Kopf. Ist mir egal. Du stirbst. Du stirbst. Dein Urteil ist gefällt. Du wirst... Die Stunde hat geschlagen. Lasst los. Lasst los. Okay. Nimm uns beide mit. Jetzt können wir von oben gucken. Okay, das sieht aber sehr aus wie die Lobby. Ja, das sieht wirklich aus wie die Lobby. Du kannst dir bestimmt die Tür aufmachen. Okay. Dann wollen wir wenigstens mal gucken, was wir beim nächsten Mal... Ja, lass mal gucken, was wir beim nächsten Mal machen. Ich seh schon. Du bist direkt bereit, mich umzubringen. Einfach komplett aufgeschlitzt. Hä, was ist das? Hörst du das? Der hat ganz gelabert, der Typ. Hä, echt? Ich hör das nicht. Doch jetzt. Sie werden push... Was? Warte mal. Hä, kann das sein, dass wir irgendwie am Ende hier sind? Haben wir irgendwie das Spiel durchgespielt, aber wir irgendwie nur zwei Level gemacht haben? Ich glaub, wir haben irgendwo hinten angefangen. Bei den schwersten Level haben wir einfach angefangen gefühlt, wahrscheinlich. Wie? Wahrscheinlich? Was ist das? Hä? Hä? Okay, der hast du den... Warte mal. Der hält der sein... Der hält sein Ding. Weekelhaft. Ey, was soll das denn? Und das denn Jesus' Anwesenheit? Ey, du kannst ja auch dir ein Bild mit Kamera machen, ne? Also du kannst quasi dir deine Fresse da auf deinem Viech machen, ne? Das finde ich auch irgendwie gut, aber ich glaube nicht, dass wir das tun sollen. Ich werde mein Minecraft-Skin einfach nehmen. Was ist das denn jetzt? Okay. Es ist Zeit. Ja, opfer mich. Okay, opfer uns. Lawine. Credits. Das war ein echtes Ende. Was? Wir haben das letzte Level durchgespielt. Ja, aber... Aber wir haben irgendwo ganz hinten... Ich glaub, wir hätten am Anfang anfangen sollen vielleicht. Äh, weiß nicht. Ich dachte, wir hätten am Anfang angefangen. Also ich halte mich an der 9 fest. Und du? Ich halte mich an nichts fest. Bei mir steht Loading. Achso, du bist hier nicht. Nein, ich bin hier nicht. Ich fall grad die Credits runter. Kann sein, dass du jetzt die Credits hast, aber ich nicht. Aber das ist ja ganz komisch. Ich möchte eigentlich raus. Na ja, irgendwann... Okay, okay, das war's. Ich fall auf Humanfallflat. Ich fall in Humanfallflat-Screen. Das ist doch gut. LOL! Was? Oh mein, Imagine, du wärst jetzt hier. Also du bist hier. Ich bin gerne hier. Du stehst hier, aber... Du, wenn du das Spiel startest, dann steht der Humanfallflat und du fällst da auf den Boden, ne? Und dann, wenn du startdruckst, öffnet sich ja eine Klappe. Ja. Und ich ist jetzt hier. Und da hüpfe ich jetzt durch mit dir. Ich nehm dich mit. Oh, ist das schön. Ist das nicht schön? Ich fühl mich richtig... Ich fühl mich richtig dabei. Okay, das ist schwarz. Alles. Ist das hier ein Stern? Extra Dreams? Wait, what? Bist du schon da? Ne, hä? Hier ist irgendein Render mit mir drin. Was ist das jetzt für ein Kack? Hä? Jetzt ist er weg?